So, Tim pumpt dir noch ein bisschen auf vor dem Posing-Body-Update. Ich nicht, ich bin auf so der Maschine. Ich nicht. Ja. Hier gibt es ein kleines Posing-Update von den beiden Jungs. Tim macht ungefähr so zum Aufpuppen, so 300 Liegestütze oder so, gell? Auf Nico. Also Jungs, Schürz runter Posing. Was, Schürz? Nee, das geht so, Digger. Warte, so. Aber Nico's Abs kommen richtig gut auch raus jetzt langsam. Ja, das schöne hier, diese, was ist, jetzt mal die Hose ein bisschen drauf. Ah, G.A. kurze Hose, G.A. lange Hose, so sieht es aus, Leute. Also Nico's Abs kommen aber auch richtig gut raus, das ist schön, ja. Jetzt, Leute, Double-Bizeps vorne. Ja, Moment, komm ich gleich. Ja, aber auch schon guten Gains am Start, Mann. KFA schon richtig gut. Macht mal diese Pose, wo man die Arme so, ähm, so nach oben nimmt, genau. Ja, genau. Ja, genau. Was man auch mal hier hinstellen, weil hier stehen wir zu nahe. Ja, genau. Das ist gut, das ist gut. Genau, guck mal das ist gut. Ja, sehr gut, Mann. Nico hat auch hier so eine sehr schöne Seiten. Sehr schöne Seiten, jetzt macht man beide so eine Most Maskele. und jetzt noch mal umdrehen und rücken. Alter, Mann. Ja, Mann. Ja, Mann. Good School Gains hier. Hör mal so. Rücken. Oh, jetzt der Trizeps. Boah, Trizeps. Boah, Trizeps kommen richtig gut, ey. Trizeps kommen richtig gut raus, schon sogar ein paar, so ein paar Streifen ansetzt hier. Hier kommt der Dildo, den Tim hat. Genau. Ja, der Dildo. Ja. Okay. Nochmal beide Rücken. Rücken nochmal beide. Ja. Ja, sehr gut. Bam. Bam. Wunderbar, jetzt haben wir ein Posing-Update, ja? Jetzt müssen wir noch meinen. Jetzt haben wir ein Posing-Update und jetzt sagen wir gleich noch im nächsten Video, wie es weitergeht. Jetzt machen wir halt mal so ein paar kürzere Videos, wenn Leute mal nur so zwei, drei Minuten Zeit haben. Und dann sehen wir uns doch beim nächsten Video. Nochmal den Side-Chest, Mann. Ja, Mann. Warte. Jetzt machen wir zurück. Sehr, sehr gut aufgebaut. Sehr gut, sehr gut. Jetzt hauen wir noch eine Latwelle los, oder? Siehst du's? Komm. Die Arme noch ein bisschen so nach oben drehen. Ja, genau. Komm mal hier close von da hinten. Ja, ist aber auch schon gut, Mann. Ist auch schon richtig gut geworden. Gut. Ich mach mal diese Nacken-Pose. So von vorne. Wie sieht dein Nacken so ekstra aus? Ja. Also jetzt sind wir gerade Post-Workout. Tim und ich. Er zieht sich hier gerade die Apfelringe für die Carbs rein. Ich habe ja auch noch hier eine Menge andere Sachen. Ähm, Feigen. Und auch noch Acai. Ja, lauter so Zeug. Einfach für die, ja, für die Kohlenhydrate nach dem Training. Und dann haben wir uns gerade eben noch den Dock Elementar reingezogen. Und so, Leute. Wie der Niko diese Form gekommen ist. 360-Grad-Paket von mir. Und wenn ihr die nächsten Videos schauen wollt, checkt sie ab. Wir machen jetzt hier ein paar kürzere Videos. Bleibt dran. Es sind insgesamt so drei, vier Stück. Dann könnt ihr mal seine Form abchecken. Was er jetzt für ein Programm gemacht hat. Wie schon gesagt. Mein 360 Basic. Könnt ihr euch hier gleich holen. Und natürlich auch was er in Zukunft machen wird. So, wenn ihr enthalpy habt. Und sta mit Us. Dann könnt ihr euch die Melanchie draufs nehmen. rum-Türkonsignor. W Clemens ist ab. Söger. Säger liegt mentors und amigos especial mit Tarn-Wang. Damit Io寅co ab. Und Spaß genießt.